Ich muss immer noch zum Grimgate, aber ich würde sagen, wir landen jetzt, wir springen jetzt mal da raus, holen uns den Bot auf entspannt und dann gehen wir nachher dann zu Grimgate. Ja, mein Game ist schon wieder glieder langsam. Ach man. Wir sind ja tatsächlich allein. Ja, ich will nicht. Komm, ich will nicht. Ich will nicht. Weil der wird jetzt erst geladen, man. Und der Bus ist fast ganz schön. Hä, hier sind wir hier. Ah ne, das war kackt von den Botty Steps. Hallo. Oh, ein Tiger. Oh, geil. Ich habe auch den Tiger in Ausgust drin. Da hat nicht aufgefallen. Oh, ich habe Champagner. Warte, ich komm. Ich komm, ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Nicht abballern. Lass mich. Ich habe meinen Reifenfreck gemacht. Ähm. Silke, wirst du auch kommen? Ohne Champagnerfarty. Ah, nein. Ich brauche auch ein wenig länger. Warte. Wenn ich euch schon anspritzen soll, dann hier. Kommt aufs Bett. Oh, ja. Silke, komm dazu. Ich habe auch ein bisschen Saft für dich. Ja, ich bin immer noch zu weit weg. So. Wir sind so ein Gegner. Hilfe. Ein Gegner bei dir? Ja, ich bin auf der anderen Seite der Map. Ah, da ist aber auch ein Gegner. Ich würde schon von 10 Gegner oder so abgeballert im Auto. Ich bin fast bei euch. Nein. Oh Gott. Ich sag dazu nichts. Ich sag. Hab ich da Saft gehört? Das geht ab. Ich sag dazu nichts. Das war so dumm, was ich gemacht habe. Also ich würde sagen, wir sollen da lieber nicht hingehen. Ja. Bei mir ist das auch weg. Ich bin immer auf der Deckzeit. Fun day. Also seitdem ich die ab 1 bin, läuft nichts mehr. Stimmt. Liegt nur daran. Ja. Nur viermal ein Voll-Damage gestorben. Du bist mein Lieblings-Youtuber. Vielen, vielen lieben Dank, Torben. Das ist wirklich eine große Ehre. Danke dir. Also, was soll ich jetzt tun? Nicht sterben. Gewinnen. Du hast die letzte Runde auch schon gewonnen. Schaffst du schon. Diesmal sind es vier Leute. Ja, einfach fliehen. Feigheitstaktik. Irgendjemand holt die schon. Oh Gott. Boah. Boah, der war smart. Guck mal, der war richtig smart. Lauf doch schneller, du Alte. Hier sind noch mehr Steps. Das waren auch gegen die Runde. Als ob hier kein Auto löst, ich bin tot. Das warst du mal abgelöst. Hier sind Leute. Ruf in der Nähe einen Vorlieferungs-Ey, man kann hier einen Lootjob rufen. Oh. Wer bist du denn? Ah, hier gibt es nur Dings. Versor? Ja, ja. Deswegen waren es Steps. Junge, als ob du es noch wiederholen kannst. Sehr, sehr nice. Hab schon damit abgeschlossen gefühlt mit der Runde. Ich auch. Ich hab schon gewartet, bis ich wie der Platin 3 bin. So ein Ding ist das. Ich carry immer, vertrau mir. Dafür bist du dabei. Die letzten drei Runden vergessen wir immer ganz schnell. Welche letzten drei Runden? Äh, ich schreib mich auf, welche letzten drei Runden. Oh, mein Lootjob. Ja, 400 Meter entfernt. Perfekt. Wer kennt sich schon wieder allein mit Tresor? Tresor ist nicht offen. Leider. Gar nicht. Ne, man muss erst mal hier einen killen. Ihr habt den doch schon gekillt. Dann hat er ne Dings. Glaubt. Ich hab ne Flasche. Zum voll spritzen. Hast du den Boss schon hier gekillt? Nein. Wo ist der? Also Tresor ist auch gar nicht offen, Jungs. Ihr könnt das vergessen. Ja. Ja. Ich glaub Tresor ist offen. Ich hab ne Scheiße bekommen. Geil. Geil. Ringen Minis. Wer will mitnehmen. Dankeschön. 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 Hallo. Ringen noch mehr Minis. Gold, 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 Gold. Ich hab nur Scheißwaffen. Bitte? Nur Scheißwaffen, ja. Kann ja nicht alles haben, CK. Ich hab zwei Graue. Und einen und eine blaue. Besser als gar keine, oder? Na, nicht schon. Also alleine den Dude Drop eröffnen. Das ist schon echt ehrenlos. So. Ich glaube Shotgun. Ich find's schade, dass ich ein bisschen... Moin Chakara, es wird bei dir. Wollen wir gleich wieder spielen. Wir sind grad früh. Aber wenn wieder Platz ist, gerne. Alles fit bei dir. Hier geht's nicht stets, Mann. Ich will dir was spenden, aber darf nicht. Sorry. Ey, bro, 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 bro. Spenden ist absolut freiwillig. Ich bin nicht darauf angewiesen. Ich lebe nicht von YouTube. Ich lebe nicht von Twitch Stream. Jede Spende, die reinkommt, ist wie ich eine Spende. Ähm, ist einfach Trinkgeld für mich, ja. Aber das ist nicht notwendig, deswegen fühle ich mich nicht gezwungen. Zu zu schauen, im Chat aktiv zu sein, unter den YouTube-Videos zu kommentieren. Das ist schon... Das ist die größte Spende, die ihr machen könnt. Oder vor allem noch mich, äh, euren Freunden teilen oder sowas. Ja. Also Reitschweite zu bekommen, das ist die größte Spende. Da hinten öffnet sich ein Tresor. Wo? Äh, bei Warte. Ah ja, 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 tatsächlich. Lama! Da vorne ist ja nämlich ein bisschen kapseln. Der ist so laut alleine hier. Ich bin beschäftigt mit meinem Lama. Super geil. Ja, unser Maid ist da oben. Ich hab mir ne neue Tastatur gegönnt. 150 Euro. Ich kann jetzt mit dir auf Disco drehen, wenn du willst. Sehr, sehr nice. Die Tastatur sind Glitter. Nichts besonderes. Ich hab ein Leiter an Waffen für die Range. Komm wieder zurück zu uns. Eskorten wir. Oder? Oh nein, hier ist ein Dude mit Flügeln. Ich bin tot. Nämmer meint, ich bin zu krass für ihn. Er hat Minus 20. Wir bräuchten Hilfe. Ich wurde geklebt. Ich wurde auseinandergenommen. Also am besten rennen. Der Soloman, der hat 114 von mir. Kann sein, dass noch lebt. Ich bin tot. 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 Du kommst weg, da kommt das Squad. Komm. übersteuern davon ist irgend mit der linken jump in vorne links ganz weit vorne links wenn du diesen tust nimmst und da rausspringst dann fliegst du nach uganda das ist premium gameplay ich glaube diesen weg von den karten ich gehe leicht zu den karten oh mein gott jackpot genau das habe ich besucht kurz mal auf dem arm viel machen da draußen standen geber Perfekt. Perfekt. Jungs ich komme. Wir können nachher auf Discord reden. Also wie gesagt, wenn wir nachher zusammen zocken, können wir gerne auf Discord reden. Ich glaube jetzt die abgezogen übers Gras. Aber das ist doch keine Straße. Achso. Da ist jemand. Aber da ist ein G-Wagen her. Achso und das ist jetzt auch mal eine Straße. Ja, guck. Das Metro übersteuert manchmal gar nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein. Nein. Fuck. Warum spielst du eigentlich zwei Pumps? Warum nicht? Okay. Da kommt dann die Zone zu dem, da wo du gerade hier bist. Da wird gerade gerebootet. Was passiert? Ich war gerade nicht da. Ich habe mir blitzen. Weg gemacht. Ich habe den mit dem Blitz geholt. Der Arme. Geht's auch schnell Amigo. Hallo. Ich muss schnell die Tür aufmachen. Nein. Also eigentlich muss ich schon den Loot geiern. Oh, der ist ein Schild. Geil. So ey. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich euch noch hole. bin. Ich bräuchte Munition. Ja. Ähm. Ich hab nur 8 Schuss. 8 Schuss. Was ist das nur? Danke. War ich da da? Hi, hier ist jemand. Das Gegner. Ähm. Ich hab diesen, ähm, ähm. Ich hab diesen, ähm, ähm. Oh, Mann. Ich bin rüber gefahren. Hilfe. Mann, ich brauch Waffen. Lass mich. Diese eigene Jeep-Tamer, nur auf Flutke jetzt. Keine Waffe. Ich will dann schon mal. Danke. Bitte. Bitte. Nochmal. Oh Gott. Ich hab Freude in mich gekriegt. Lass sie hingehen. Hier ist ein Bot. Von oben könnten gleich noch welche kommen. Äh, äh, er hat ne Schild an seinem Auto kleben. Bitte noch nicht rekrutieren. Ich muss noch mit ihm sprechen, damit er mehr hier gibt. Ja. Hat, hat er mit ihm gesprochen? Dirk hast du auch mit ihm gesprochen? Hier. Gegner. Pass auf. Da sind welche. Hier kommen welche. On me. Einer. Ein. Ich bin tot. Oh, nevermind. Er ist einfach scheiße. Er ist gespawnt. Was ist jetzt passiert? Muss mich heilen. Macht jemand Schild? Ich hab hier. Wo war ich? Ich hab hier. Oh danke. Deine von euch green hier. Nee. Aber Schild. Hier. Das ist auch noch. Das grünkohl. Oh Gott. Wir wissen Tone. Wow. Wir haben einen Shotgun mit 8 Muni. Scheiße. Hammer. Rammisch, Rammisch, Rammisch. Rammisch, 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 Rammisch. Also das ist ein bisschen langsam. Juhu! Steck rein! Links, ballen. Ist hier links zu sehen wie Gegner. Egal. Scheiße. Ja, Sie sind in den Zolle. Wer ist ausgestiegen? Wir fahren weiter. Was soll ich ihm helfen? Fahr weiter. Fahr weiter. Wollen wir die abcampen auf Ehren los? Natürlich machen wir das. Er steht auf Berg. Er ist 40. Nein. Muskelkater. Er war ENL. Egal. Wollen wir unten neue Waffen? Da kommt noch einer zu dir. Hinter dir. Hab ihn. Wir haben nur einen oder zwei? Oh Gott. Oh Gott. Ich hab gefühlt alles geklaut was man klaren konnte. Alter ich bin der beste Maiden den es gibt. Hm. Naja. Das was da lag hast du von mir eingesammelt was ich gedroppt hab. Ach man. Da oben sind welche auf Berg. Einer gesagt auf Berg. Hier ist eine Seilbahn. Wobei ich will die nicht nutzen und ich will die Geldschuss sein werden. Ähm. Ich will die hinter die Geldschuss sein. Ich will die hinter die Geldschuss sein. Ich will die hinter die Geldschuss sein. Ich will die verlierst das so. Das ist nur ein Trio Jungs. Ich will mir geht nicht gut. Ich will mir zeigen mal nur. Ich will Sie mal zu Always. Gelegen nicht wirlegen so viel gut. Ich verneut die ich brauche. Ich brauche noch eine gute Waffe. Ich habe eine gute. Das ist gut eine Traur. Wenn jemand klipsen kann, die Band Free. Oh. Der Headshot Crickscope, der war Gott, der zeigt sich an. Also ich will ändere mein Leben Der kommt Was ist passiert hier? Nein, genau Da ist einer unten am Boden Das ist wie die Zone krabbeln Nein Hier, 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 an mir Hier, jetzt müssen wir Was ist das? Oh ja, der ist fast down Ja, schön, links Oh ja Schmeckt, schmeckt wie Schmock Ja Ja, sehr schön Let's go Das ist 1v1, ne? Ja 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 Noch ein Blitz übrig Ja, let's go Let's go Sehr schön Nächster Sieg Jo, was geht? YouTube Partner Moin, ein anderer YouTube Partner Alles mit bei dir Wie geht's? Wie steht's? Shiny Hunter Nummer 1 hier im Chat Wo es geht's? Ja Je 말씀� … ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.